Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf der Travelminderwoche 2017 und herzlich willkommen im Festivalgarten der Stadtwerke zu Lübeck. Das ist der Hotspot, den man hier unbedingt gesehen haben muss. Hier gibt es alles, das gucken wir uns gleich mal an. Lübby wird uns da ein bisschen rumführen und zeigen, was man da alles machen kann. Und damit ihr auch keine Termine vergesst oder auch wisst, was hier los ist, könnt ihr auch das Stadtwerke-App MainLübeck unterladen. Wir blenden euch das hier unten mal ein. Da verpasst ihr nichts. Ja Lübby, dann zeig uns mal was hier geht. Ich habe schon einiges gesehen. Wollen wir mal. Los geht's. Ja, Lübby hat uns schon mal den Weingarten gezeigt. Hier gibt es Käse, Wein, 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 Wein. Ja, da gibt es hier so ein Zelt. Da kann man so sitzen. Ne Lübby, das ist nicht für dich, komm weiter. Ja, wir stehen hier vor dem Archiv des Weltensammlers, eine kleine Kunstausstellung. Also vieler, der Form und Farben mag, kann ich das hier gerne mal angucken. Hier gibt es, hier ist quasi unter Wasser, Krebse. Hallo, da kommt noch einer. E-Bims. Ist fast ein bisschen eng hier. Geht eigentlich. Das ist mal Friedhof der Kuscheltiere. Das ist was fürs Auge. Wir brauchen jetzt ein bisschen was mit mehr Power. Wir haben den E-Park gefunden. Den probieren wir aus. Die sind gut. Das ist doch wie vor uns gemacht. Ich will jetzt zum Offroad. Dingens. Offroad Dingens. Offroad Dingens. Pauli hat mir versprochen, wenn ich mit dem Longboard ohne hinzufallen bis zur Sau vom Spieß fahre, gibt er mir einen Burger aus. Challenge accepted. Du hast nicht gesagt, wie oft ich fahren darf. Bis jetzt läuft das ganz gut. Komm Nimi. Willst du mit dem Ding mal fahren? Ja. Lübi hat richtig Hunger. Wir sind ja nicht so Burger und all sowas. Das ist nicht unser Ding. Aber Lübi, komm, wir besorgen was zu essen. Ihn kenn ich erst nicht. Der macht dir was. Moin Moin. Moin. Na, was hast du im Angebot? Lübi hat Hunger. Hat Hunger? Ja. Grilled Beef Sandwich? Ja, das hört sich super an. Und das klingt mega, dann nehme ich auch. Ja, nehmen wir alle. Nehmen wir alle? Nehmen wir alle. Geil. Bitte schön. Geil. Oh Jungs, wir lieben euch. Wisst ihr das? Geil. Hier Lübi. Lübi freut sich. Und was sagst du, Pauli? Kann man im Festivalgarten essen? Ja, Alter. So geil. Er hat irgendwas von tagelang, stundenlang schmoren, einlegen, Braten kochen, grillen erzählt. Ich glaube da ist Schokolade in der Soße. Wie geil ist das denn? Oh Alter. Ja, wir haben auch die Kleinkunstbühne gefunden. Hier gibt es Halter, hier gibt es Shows. 14, 16 und 18 Uhr. Und mein mal Lübi. Kriegen wir schon Wein? Ja, das war der Festivalgarten der Stadtwege Lübeck hier auf der Treffen in der Woche. Wie ihr seht, hier gibt es alles. Essen, Trinken, Fahrgeschäfte, was für Kleingruß, Familien. Hier kann man wirklich aushalten. Ist die ganze Woche über geöffnet hier. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Lübi, was sagst du? Der fühlt sich hier unter dem Wein auch herrlich. Blaise. Lohnt sich am Schnee. Körgelt.